Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 70.400 US-Dollar. Ihr seht schon, Short wurde gestern abgeholt, habe ich aber eine Info dazu gegeben, Stop-Loss bitte auf Entry zu setzen. Der wurde jetzt auch ausgestoppt in dieser Nacht. Sollte nicht so sein, beziehungsweise kann möglicherweise immer noch so sein, dass wir trotzdem nochmal einen leichteren Abverkauf sehen. Dafür laufen die anderen Trades deutlich, deutlich besser. Bitcoin, wie gesagt, ist momentan irgendwie ein Ding für sich. Werden wir uns das aber alles ganz genau im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch Ethereum, wir werden uns Gold, wir werden uns Euro und wir werden uns natürlich auch die Stock-Märkte angucken. Weil sich da auch ein bisschen was getan hat, ob wir da möglicherweise noch in eine Position reingehen. Schauen wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Außerdem nochmal ein ganz kurzer Blick auf die RWA-Coins, weil die ordentlich nach oben hin gepumpt sind. Da kann ich jetzt gleich nochmal ein Update dazu geben. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, beziehungsweise den Content unterstützen wollt, könnt ihr euch gerne bei meiner Partnerbörse Binks registrieren. Dort könnt ihr auch alles traden, was wir hier in den Videos besprechen. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 70.400 US-Dollar. Ihr seht schon, das war das Setup gestern. War auch Glück gewesen, dass wir hier nicht über die 71.700 US-Dollar-Market rübergekommen sind, weil dann wäre das Setup sowieso für den Arsch gewesen. Aber so habe ich dann gestern noch dazu geschrieben. Wo war es denn? Genau, sollte jemand heute rüber rein sein. Stop-Loss-Entry. Wir sind leider doch da nicht mehr tiefer gekommen. Ich dachte eigentlich, dass wir zumindest mal hier noch bis zum 0,5er gehen. Das wäre ja so der erste Take-Profit gewesen. Aber gut, sollte nicht so sein. Deswegen jetzt dann auf jeden Fall ausgestoppt. Deswegen können wir dieses Setup erst einmal wegmachen. Aber ich würde es trotzdem gerne mal noch ein bisschen im Blick behalten, weil wir haben hier oben ordentlich Liquidität gelassen. Hier bei den 71.600 US-Dollar. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den 4-Stunden-Timeframe reingehen, könnten wir gegebenenfalls hier nochmal ein neues Setup dann reingehen. Das heißt so hier in diesem Bereich mit einem Stop-Loss bei 72.200 bis 72.600 US-Dollar mit einer möglichen Bearish Divergence, die sich dann bilden könnte. Aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Könnte sein, dass das heute im Laufe des Tages kommt. Muss aber nicht sein. Weil wie gesagt, morgen kommen dann glaube ich erst die wichtigen News. Wir haben es ja gestern schon mal ganz kurz angesprochen. Erstanträge, Folgeanlese, Bruttoinlandsprodukt, PCE, Kernrate, Preisindex, was da so kommt. Und dann halt am Freitag sowieso noch ein bisschen mehr News. Also heute möglicherweise nochmal ein bisschen ruhigerer Tag. Was dazu führen könnte, dass die Kurse wirklich nochmal im Laufe des Tages steigen. Und wir dann hier vielleicht sogar in diesen Bereich schon reinkommen. Wenn nicht, rechne ich erst morgen damit. Und dann wird es interessant werden, ob wir dann hier möglicherweise eine neue mögliche Short-Position reinkriegen. Aber wir wollen ja nicht nur Short gehen. Wir können ja auch möglicherweise auch mal ein bisschen long gehen. Da habe ich momentan so ein bisschen hier das 0786 im Blick. Das heißt hier bei 67.800 US-Dollar ist noch ein weiter Weg. Vor allem, weil momentan wieder ein bisschen mehr von den ETF gekauft wird. Das ganze Momentum generell ist eigentlich relativ bullisch. Wenn wir uns das mal so von außen angucken. Gut, gestern gab es ein bisschen KuCoin-Fat. Da muss ich aber auch sagen, alle Transaktionen sind durchgegangen. Es hat nur ein bisschen länger gedauert. Natürlich bei diesen ganzen KuCoin-Sachen und sowas. Weil da gestern irgendwas mit Anklage und sowas war. Aber natürlich versucht jeder dann in diesem Moment seine Coins von der Börse abzuziehen. Und dann dauert ihr das ganze Mist noch mal ein bisschen länger. Ich glaube, gestern hat auch irgendjemand einen Artikel in die Gruppe reingepostet. Oder ich war es glaube ich sogar hier. Zieht einfach das Zeug bei KuCoin ab, was geht. Andererseits hat dann jemand anderes wieder gepostet. Die Ethereum-Transaktionen sollen da momentan nicht gehen. Also wenn ihr unsicher seid, zieht euer Zeug von KuCoin einfach ab. Ansonsten, die Transaktionen haben funktioniert. Es hat nur etwas länger gedauert. So, zurück zum Chart. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mein kleiner Longplan. Sollte es wirklich so weit kommen. Ich würde gerne die Ineffizienz hier füllen und ich hätte gerne den Pump hier. Aber da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, dass das für mich momentan so die einzige Long-Möglichkeit ist, wo ich sehe, weil Golden Pocket mittendrin in dieser Zone, wo das meiste Volumen reingekommen ist, finde ich, geht gar nicht. Wenn dann hier wirklich erstes 0786er und wir haben auch gesehen, so vergangenheitstechnisch, dass wir hier in diesem Bereich ordentlich Unterstützung haben. Egal in welchen Timeframe wir gehen. Also hier auf den 1-Stunden-Timeframe sieht man es ganz gut, dass wir hier immer wieder an dieser Zone hier gebounced sind. Deswegen würde es sich da anbieten, dass wir uns dann auch hier möglicherweise Long positionieren. Bin nur gespannt, was zuerst kommt, ob wir erst nochmal hier oben in unsere Short-Position gehen und dann möglicherweise einen Hedge-Long machen oder das Ganze komplett umgekehrt. Theoretisch wäre es mir umgekehrt sogar lieber, dass wir zuerst hier eben hochgehen und dann möglicherweise die Long-Position dann langsam aber sicher aufbauen. Ansonsten hat sich nicht mehr wirklich viel getan. Wenn wir uns nochmal ganz kurz den Daily Close angucken, wie gesagt, der war weiterhin Bullish. Auch gestern wieder sehen wir hier wieder über der Marke von 69.760. Das heißt, über unserem Pivot geschlossen, über dem Golden Pocket geschlossen. Also auch hier sieht alles gut aus. Die Funding-Rates steigen langsam aber sicher wieder an, muss man sagen. Aber trotzdem, dadurch, dass wir kurz vorm All-Time-High sind, beziehungsweise weiterhin auf so einem hohen Niveau, würde ich sagen, ist das noch alles relativ human. Aber immer so kleine Swaps nach unten hin. Also mit kleinen Swaps meine ich einfach kurze Shake-Outs können natürlich in so einer Phase immer wieder passieren. Open Interest, auch keine signifikante Veränderung. Also alles momentan noch gesund. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Da hat sich auch nicht mehr wirklich viel getan. Also wir sind klar nochmal ein bisschen gestiegen gestern. Sind kurz vorm Golden Pocket jetzt hier gedreht. Aber dazu habe ich auch gestern schon gesagt, momentan ist hier für mich keine Short-Zone. Die Short-Zone liegt hier oben ab 3840 bis knapp 3890 US-Dollar. Vorher würde ich hier nicht in einen Short gehen. Außerdem bauen wir hier weiterhin unser Inverse Head & Shoulders weiterhin schön aus, beziehungsweise hatten jetzt hier ein schönes Breakout. Bestätigen das möglicherweise jetzt eben in diesen Stunden gerade und könnten dann möglicherweise erst zum richtigen Breakout nach oben hin ansetzen. Man sieht außerdem, dass momentan jetzt vor allem in dieser Bitcoin-Konsolidierung die Altcoins wieder minimal etwas einsteigen. Wir hatten ja gestern schon das Thema Real-World Assets und da hat es ordentlich nochmal gescheppert. Vor allem die Coins, die wir uns gestern halt eben nochmal angeguckt haben. Sowas wie Soil ist gestern nochmal extrem oder in den letzten zwei Tagen nochmal extrem nach oben hingestiegen. Nochmal 100% gemacht. Also mittlerweile 10 Millionen Market Cap. Rio, also Realio Network, was wir uns angeguckt haben, auch nochmal 50% nach oben hin geballert. Also momentan, das sind momentan somit die größten Coins, die am Pumpen sind, in die wir investiert sind. Also Glückwunsch. Nehmt aber auch bitte einfach mal Profite. Eine Korrektur kann immer wieder folgen. RWA-Coins sind halt momentan ein bisschen im Hype, aber das Thema kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Deswegen nur nochmal so ein kleiner Tipp. Nehmt Profite. Versucht jetzt nicht, dem Zug hier hinterher zu rennen oder sonst was. Sowas wie Soil und Rio, das sind Projekte unter 20 Millionen Market Cap. Das Zeug hat noch Luft nach oben. Aber bei solchen Coins kann es natürlich auch sehr, sehr schnell nach unten hin zurückgehen. So. Ansonsten fangen wir mal an, ganz kurz so mit den Stockmärkten und natürlich auch Gold. Also Gold, perfekter, hätte er es gestern nicht abholen können. Wir sind hoch in unser Golden Pocket gegangen. Ihr seht hier die Position, wo wir gestern noch drüber gesprochen haben. Also alles perfekt. Short-Position läuft. Ersten Take-Profit könnt ihr nehmen, wenn ihr Bock habt. Stop-Loss-Entry hier auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und den zweiten, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, würde ich dann hier unten so bei 2146 irgendwo in diesem Umkreis hier unten dann setzen. Also Position läuft. Unsere Long-Position läuft. Verdoppeln von unserer Long-Position warte ich erst noch ab, weil dafür ist mir der Pump hier noch ein bisschen zu grisig. Da habe ich momentan so diesen Bereich hier unten bei 2056 US-Dollar im Blick. Also das heißt, wir haben hier noch ordentlich, ordentlich Abwärtspotenzial. Aber Glückwunsch an alle, die das mitgenommen haben. Schöner Hit ins Golden Pocket. So muss es sein. Gehen wir zum Euro gegenüber US-Dollar. Hier, wie gesagt, erster Take-Profit erreicht. Also auch hier alles toppy. Den zweiten hat er leider nicht mehr gestern erreicht bei 1,087. Also die Long-Position, die Position ist aber weiterhin noch offen. Hat sich nichts geändert. Wir können mal hier ganz kurz das Fit-Level dazuziehen, wie es hier aussieht. Also wir kämpfen hier gerade ums Golden Pocket. Eigentlich gar nicht so verkehrt, dass wir hier möglicherweise nochmal einen Anlauf nach oben hin starten. Short-Position läuft weiterhin, aber hier warte ich auch, bis wir hier oben im Golden Pocket angekommen sind. Ansonsten, ja, die Position laufen. Gehen wir noch zum Schluss. Last but not least noch zum S&P 500. Hier muss man ehrlicherweise sagen, nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir sind hier aus der Bull-Flag nach oben hin ausgebrochen. Hatten dann auch hier nochmal die Bestätigung. Dann gab es aber doch nochmal einen größeren Abverkauf hier runter auf 5200 Punkte. Jetzt kämpfen wir hier gerade um die 1-Stunden-Supply-Zone. Also auch hier momentan würde ich nicht reinschorten für mich, aber immer noch die Hoffnung, dass wir hier einfach im Laufe des Tages oder spätestens morgen dann nochmal nach oben hin steigen. Wir können aber mal hier ganz kurz gucken, dass auch das Fit-Level dazuziehen. Sind auch perfekt ins Golden Pocket eigentlich reingekommen. Also die Chancen bestehen weiterhin oder sind weiterhin groß, dass wir hier zumindest nochmal hochkommen und früher oder später unsere Short-Position irgendwann vielleicht doch noch abgeholt kriegen. Ansonsten, Dow Jones ist mir auch momentan ein bisschen zu heikel 0,5er gekommen. Golden Pocket ist für mich hier so eine kleine Long-Area, aber da sind wir leider nicht hingekommen. Ansonsten, wie gesagt, tut sich wenig. Wenn ihr auf dem Stand bleiben wollt, kommt wie gesagt gerne in die Telegram-Gruppe rein und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und gerne bei BINX registrieren und wie gesagt, haltet hier mal ein bisschen so den Markt für RWA-Coins ein bisschen offen. Das war es von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quiet. Und wie immer.